herzlich willkommen bei nacktmult.tv heute geht es weiter mit resident evil 6 und damit auch mit bala und manny wir sind mittlerweile in china warum auch immer wolle wohn 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 wir schon sehen gleich t virus hühner kommen ja wurde sich ja schon beschwert in dem spiel hier gibt es ja keine gegenstände mehr also kein gold und so weiter verschärben weil man ja auch nicht mehr einkaufen kann und dann gab es auch keine eier mehr da haben sie auch alle drüber umgeholt es gab schon seit 1 eier zum essen halt leben sind mäßig und hier gibt es zwei hühner hier lang aber keine eier sind das neu die chinesische variante kiste was ich vermisse ist wir haben den boss gehabt der ist tot und wir haben keine eip dinges gekriegt ja das recht man kann keine pettingen oder wir hätten noch hingehen müssen hätten zu suchen müssen ich glaube ich dass wir wieder zurückgehen können ich habe gesagt eine kiste oder irgendwas war weißt du damit nicht allein besicht vielleicht haben die anderen ist also ich war das schon ich finde ich war das schon ziemlich alleine mir ganz anders untersuchen wollte mal müssen sie von der anderen seite öffnen da ist ein ding schlangen symbol da ist immer bei mir wie auch ich krieg nur für die scheiß hier schwingen des todes munition die ganze zeit müssen da auf der anderen seite irgendwie reinkommen man kann da auch nicht durch sagen das ding hoch werden nein der regel ist auf der anderen sein ja wir müssen mich erst mal darüber bringen irgendwie sollten wir schon schauen da ist da sieht doch gut aus vielleicht sollen wir da auch gar nicht lang ja dann würden sie nicht sagen immer mit dem riegel da drin liegen sachen rum oh super drei einzelne schlösser mhm oh mein na gut finden wir heraus wie man sie öffnet äh bitte was vermutlich hat sich deshalb die ganze straße verschanzt die bewohner wollten ihn abwehren erst mal was anderes das ist ein neuer trick das klappt nicht wenn wir so weitermachen geht uns die munition aus okay laufen wir mal ab und holen die schluss der riegel ist auf der anderen seite ja wir müssen jetzt mal irgendwie da reinkommen ganz toll ey der kriegt mir hinterher die sau wo bist du denn ich suche die schlüssel ja hier ich kann einen riegel aufmachen hier erster riegel ist offen ich habe einen schlüssel mittlerweile rennt er dir hinterher ja fehlen uns noch zwei toll der geht auch durch die geöffneten türen hm wir müssen irgendwie einen strom ausmachen irgendwie ich glaube ich sehe da was da ist ein rotes kraut und eine kiste wo denn da ist die ep ja bei mir da 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 immer bei mir ach da da hinten drinnen im raum der ist doch jetzt eigentlich schön ruhig ähhh ok die kabel gehen auch da da ist der hebel der strom ist aus zusammen die lassen dir mal dings fallen hier wenn mir die einmal umhaut ja ich weiß nachher oh schlüssel gehen wir nach Rhein oh toll kann man den strom wieder an machen glaube nicht schade hier kann man durch da müssen wir jetzt noch irgendwie reinkommen da sind es schon drei einzelteile mein gott der hier ist wir müssen uns da hingekommen hier durch die seitengasse wo bist du jetzt da wir sind irgendwie hier durch wir haben hier mit körperteilen wir werden das immer mehr teilen wir müssen ich bin brauchbar im plan sobald du mir sagst wo wir hinkommen ich weiß nicht genau wo du bist drück mal kuh und pack den pfeil ich habe mir bist du da reingekommen ich hätte früher abbiegen müssen toll dir folgt jemand ich gehe drüber Und hier hoch Ja, hier mal hoch V-Bahler Du musst mitkommen Okay Nicht okay Ich finde es nicht gut, wie du mich behandelt Hey, der hat was fallen lassen 60.000 Fähigkeitspunkte Was? Ja Und noch eine Kiste Ja, schön Und noch mal 20.000 Alles meins Ah, hol diesen scheiß Schlüssel Und halt die Klappe Ja, bin schon dabei Sie müssen sie von ihrer Seite aus öffnen Ich arbeite daran Du bist an dieser Scheiß-Tür vorbeigelaufen Ich bin noch gar nicht bei der Tür Ich hab dich gerade vorbeigelaufen Das erzählen wir ihm nicht, ne? Moment, mach auf Ja Los Du musst die Hände kaputt machen Die Hände lassen die IP fallen Irgendwas zum Looten? Ja, hinten links ist ein grünes Kraut Hier ist ne Tür Hier ist der letzte Jetzt verschwinden wir von hier Ja, ich bin ja schon da Die sind ja mal uncool Total Natürlich muss ich ja jeden einzelnen bestätigen Warum auch nicht Tja Ich weiß nicht, wie ich Fleisch wollte Das habe ich vor Aber irgendwann will er noch ein Reißschluch essen Ich kann doch nicht viel grad ändern Ich hab's verstanden Ja, ich zieh's schon Naja, aus meiner Sicht habe ich nicht mehr verloren Na toll Was hättest'n drücken müssen? Links, rechts, links, rechts, links, rechts Naja, sei froh, dass er hier drin einen Kontrollpunkt hatte Hätten wir das Ganze jetzt aber machen müssen Hätt'n richtig geschlagen Mich hab's befürchtet Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwas machen soll Ich kann da zwar drauf schießen Ja, aber er macht kein Pau oder so, wenn ich hingehe Also wieder 2 zu 0 gegen Manni Du bereust es lassen, dass du sie umgenommen hast Kriegst du wieder eine S-Bewertung? Geh du mal vor, da musst du die Scheiße machen Ich weiß nicht, welche Maustaste Änder dich, wenn ich drauf schieße Das ist total zu schwer war jetzt Schnell, nicht, dass wir simmen Ja, versuch doch jetzt mal nicht wieder zusammenzusetzen Speicherbump-Cut Oh Mann Das wird echt überübler, du von Runde zu Runde Ja, aber es wird nicht langweilig Es hat die ganze Zeit einen schönen Ich finde das Spiel jetzt so einen richtig schönen Bei-Laune-Halt-Faktor Ja, netter Spannungsbogen auf jeden Fall Ist doch Ada, oder? Ada Ich glaub schon Folgen wir ihr Es wird sich halt irgendein böser Klon Ja, ja Hier gibt es wahrscheinlich mehr als eine von Ada Was zur Hölle geht hier vor? Ja, jetzt haben wir den netten zerteilt Zusammensetzt mit Händenwerfviech-Typ kennengelernt Und haben in den Reißwolf geworfen Nachdem er zweimal Money durchgejagt haben Tja, ich weiß, ihr kennt das Spielchen Abonnieren, kommentieren und bewerten Dann hoffen wir natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat euch zu uns zuzuschauen Und dass ihr weiterhin Spaß bei uns auf dem Channel habt Und bis zum nächsten Mal Servus 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 Vielen Dank.